Wir freuen uns außerordentlich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Zwangsversteigerung tatsächlich in letzter Sekunde abwenden konnten und haben nun die offizielle schriftliche Bestätigung vom Weißenburger Amtsgericht darüber erhalten. Damit ist es nun rechtsgültig und wir können uns jetzt voll auf unser Safe Syburg Castle Projekt konzentrieren. Wir hoffen, dass Sie uns hierbei weiter begleiten wollen. Das historische Denkmalschloss Syburg auf dem mittelfränkischen Jura soll neben dem fränkischen Seenland als Attraktion geformt werden und zum Brennpunkt internationalen Interesses werden. Alle Investoren und interessierte Käufer haben jetzt genügend Zeit, um sich über das Potenzial dieser Immobilie und dem dazugehörigen Umgriff in Ruhe zu informieren. Gerne teilen wir Ihnen unsere bereits gemachten Erfahrungen, Erkenntnisse und rechtliche Sachstände über dieses Anwesen aus dem 11. Jahrhundert mit. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal oder unseren Newsletter auf der Webseite und bleiben Sie damit immer auf dem aktuellen Stand. Bitte respektieren Sie, dass wir bei Anfragen von Besichtigungsterminen, von Investoren oder ernsthaftem Kaufinteresse eine Vorab-Auswahl treffen, um unser Projekt Safe Castle Syburg zügig nach vorne zu treiben. Voller Tatendrang sehen wir nun der Zukunft des Wasserschlosses entgegen und hoffen auf anhaltend vielfältige Unterstützung. Gemeinsam können wir den weiteren Verfall des Kunst- und Baudenkmales des Schloss-Sylburg-Komplexes stoppen. Lassen Sie sich von uns auf eine spannende Reise entführen und bleiben Sie dran! Lassen Sie sich von uns auf eine spannende Reise entführen und bleiben Sie sich von uns auf eine spannende Reise entführen.